Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infinite Undiscovery. Beim letzten Mal haben wir, naja, eine Menge bedeutungsvoller Szenen gesehen und wurden dann dazu verknackt, das Haustürchen von Aya zu suchen. Bevor ich damit allerdings anfange, hier mein kurzer Rundown, ich habe, ich glaube, zwei Stunden lang gesessen. Wir haben jetzt Rüstungen und Waffen, abgesehen für Leute, die irgendwas mit Holz haben müssen, en masse. Also, um es mal zu vergleichen, das Langschwert war unsere bisherige Waffe, das ist jetzt die Waffe, die wir jetzt haben, 1.300 lang, und ich würde mal sagen, läuft. Genauso, hier, Dullahan von Edward, wo ist ja seine Waffe, das Master-Schwert auch, ja, doppelt. Ähm, Slickmund hat so ein Schwert, Barbegan hat also Barditch, das ist auch nochmal fast verdoppelt. Das läuft, und der Mercurius-Rüstungsgelöse hier, das ist zwar nicht verdoppelt, das wäre ziemlich cool, aber sehr große Sprünge. Und der Silberin gibt nochmal plus 10 Verteidigung, während der Fuglschwanz andere Verteidigung plus 5% gibt. Also, die meisten haben so etwas in der Richtung ausgerüstet. Wir sind also sehr, sehr gut vorbereitet. Und jetzt, nachdem wir herausgefunden haben, wohin theoretisch der nette Bär sein soll, reden wir nochmal mit Gina. Hast du nichts gefunden? Well, sieht aus, dass er die Stadt verlassen hat. Ja, das ist was ich auch gehört habe. Jetzt können die Gärten ihn finden, also... Was? Das ist es? Nein, sie können es von hierher ausführen, ich denke. Wie kannst du einen Job halb fertig lassen? Hast du keine Ahnung, wie viele Formen ich hätte, um die Regierung involviert zu haben? Und wie verrückendig ist es, die Gärten zu nutzen, um die Prinzessin zu befinden? Es wäre sehr schrecklich dumm, zu fragen, sie zu helfen, mit so etwas wie das. Ist es nicht für sowas da? Ja, das ist nicht so gut, Kapel. Okay, so you're going to go out and find him for me, please? Aber er ist ein Bär. Und Bärs sind großartig. Und schrecklich. Ich kann es nicht glauben! Sie kämpfen nicht die Ordnung von Chains? Sie sagen, dass sie weniger als ein Bär sind? Sie sind eher wie Monkies? Ein whole Armee von Monkies? Okay, einfach so. Und wenn ich keine Probleme habe, Sigmund enden Sie schlecht. Vielen Dank! Aber wenn Gustav attack, ich komme zurück. Nicht so, wenn das passiert, ich lasse alle wissen, dass Kapel riecht von einem Bär. Gee, danke. Ich werde hier warten, um die gute Nachrichten zu sehen. Nicht sterben jetzt! Das klingt so ein bisschen nach dem Motto... Ja, aber danach kannst du ruhig sterben. Ist ja dann egal. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Nichtsdestotrotz, kein Thema. Wir gehen jetzt Gustafin. Ich bin aber trotzdem der Meinung, es sind die königlichen Wachen. Es ist von mir aus der königliche Bär. Sollten die Wachen nicht so oder so versuchen, ihn zu finden. Statt dass mir jetzt gesagt wird, ich muss ihn finden. Ihr könnt ihn ruhig sterben lassen. Ähm, Leute, wirklich. Ich meine nur. Wäre völlig okay gewesen, aber nein. Die wollten nicht. Naja, wenn da schon rote Bieren rumliegen, nehme ich auch mal mit. Übrigens, durch das ganze Schmieden habe ich tatsächlich in der Chiefment freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber hey! Das ist super. Aber Edward ist da jetzt auch ein Profi drin, und dann muss ich sagen. Gustav? Run, Gustav, run! Hey, du brauchst Hilfe, Kind? Dominika, ich bin ein Mercenar. Das ist der Geist. Los geht's! Komm und hol's! Und ihr seht natürlich, es ist jetzt ein sehr einfacher Kampf. Wenn wir es schaffen, Gustav zu retten, ohne dass er verletzt wird... ...er hatten wir eine Flasche mit einer gelben Viren... Naja... Äh, es ist da, so ist ja nicht, aber... Das war unglaublich. Zu einfach. Du zwei kennen uns? Ja. Ich bin auf Gina in der Stadt. Sie hat mir gesagt, dass du für Gustav bist. Also habe ich hier rausgebracht. Also habe ich hier rausgebracht. Ja, ich kann nicht genug bedanken für all deine Hilfe. Ich bin sicher, Gustav würde das gleiche sagen. Hm... Ja, du siehst einfach wie der Liberator. Also habe ich gehört. Du siehst einfach wie ihn, aber es ist obvious, dass du so unterschiedlich bist. Und du siehst wie ein Zeug, aber du kämpfst besser als die meisten. Hm. Aya war richtig. Was? Du kennst Aya? Ich kennst viele Leute. Und was hat sie noch gesagt? Die Menschen gerne sagen. Oder du zu wissen? Irgendwa. Erstmal bist du ja so ähnlich. Ich mag dich. Uh, danke. Ich denke. Ey! Du möchtest mir sagen, Sie würde mir sagen? Say hi zu Aya für mich. Gustav gerne will also sagen. Das ist toll und alles, aber was Aya gesagt hat? Alles klar, wir beginnen zurück. Gina muss jetzt überrascht sein. Sie sollte etwas schlechtes gesagt haben. Gustav! Vielen Dank, Dominika! Du auch, Kapow. Du auch? Wir haben ihn sicher und sicher zurückgebracht. Großartig! Okay, wir sehen uns bald. Na, wir sehen uns bald, Kind. Schau dir. Tschüss. Was ein langer Tag. Ich konnte überhaupt nicht relaxen. Das war ein Tag. Das hat jetzt einen Tag gedauert. Wirklich? Ich meine... Kann ja sein, aber... ... 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 Komm schon, Capel! Ich habe deine Zeit, ich sehe. Dominika! Also, schon wieder? Ja. Und seine Majestät? Ach so... Ich sollte es wissen. Aber ich... Dann werde ich einfach mit dir. Dominika, du kommst mit uns? Für dich, für seine Majestät. Danke! Herr Sigmund wird auch glücklich. Hey, gut zu sehen dich wieder, Käpte. Hallo! Wir kennen uns? Wir treffen uns vorher. Wir machen uns vorher. Ich denke, ich werde weitergehen und sehen, wie der Liberator macht. Wir sehen uns später. Bitte, bemerksam, Herr Herr Herr. Capel, du musst nach der Prinzessin schauen. Ich mache mein Bestes. Nichts, Gina. Dominika wird mit uns, auch. Ja! Der Herr Herr, bitte, macht Gustav mit dir? Gustav? Ja. Wahrscheinlich, er ist einfach zu groß und hausend für mich zu sehen. Oh! Oh nein! Das sieht nicht aus, recht! Ihr kommt auch? Aber... pensst du das Essen, der man kann... Nein, nein! Okay, wir gehen zusammen. Okay, good bye, Gina. Good luck on your mission, your highness. I will be waiting for everyone's safe return. So sieht's mal aus. Und so ist Aya wieder dabei. Und Gustav und Dominika. Ja. Ja, also ist doch eigentlich sehr nett, sag ich jetzt mal so. Interessant an Gustav ist allerdings, dass er, wenn wir ihn in die Party nehmen, so gesehen zwei Plätze einnimmt. Das wird hier nun nicht richtig dargestellt. Allerdings ist es tatsächlich so, er nimmt zwei Plätze ein. Also, wenn man ihn haben möchte, kann man. Spricht absolut nichts dagegen. Ihr solltet euch halt nur im Klaren sein, dass es so ist. Denn... Tut ihr das nicht, habt ihr halt... ...ein Charakter weniger dabei. Ich wiederum werde mit einer Party von Aya, weil Aya, Fernkämpferin, immer gut. Nehmen wir Edward und nehmen wir Michelle wieder mit. Hier sowieso, er kann Savio haben, Dominika und... ...Dombergan. Ja. Bevor wir allerdings das hier machen, und das hätte ich gerade machen müssen, weil wie ihr seht, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Gibt es noch ein paar Zeitquests für uns zu machen und da sehe ich euch gleich wieder. Gebt mir nur eine Sekunde. Okay, zurück an dieser Stelle, bevor ich ihm gesagt habe, yo, machen wir. Aber wir connecten uns mit ihm. Das ist natürlich auch sehr praktisch, statt mit ihm einfach zu verkehren zu sagen, yo, läuft's. Nein, wir reden mit ihm. Und reden mit der Dame. Hey, du mit den Brillen. Ich wette, du hast Haufenalskontakte in der Händlerwelt. Kannst du etwas für mich tun? Natürlich. Es gibt einen seltenen Typen von Juwelen in diesem Lande, genannt das Blut von Fai-Yel. Und die werden wir ihr besorgen. Ähm. Dafür müssen wir uns mit ihm connecten. Dieses Item liegt an der Düne. Äh, beziehungsweise liegt in der Düne an der Oase. So, ach. Liegt in der Düne, wäre ein sehr, 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 sehr kleines Gebiet. So, Nina. Und du bist Nina. Kann das sein? Ja. Jetzt wir zum Turm. Wenn wir ihn sehen, einen Brief abgeben. Er hat einen Blütenring. So, so einfach. Habe ich jetzt einen Brief gekriegt? Oder solche Briefe? Habe ich das falsch gelesen? Sie sollten einen Brief holen. Äh. Kann ja sein. Egal. Ich gehe eben zur Oase und treffe euch da wieder. Ich bin komplett an der Oase vorbeigelaufen. Kann man sich... Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich meine, da links ist ein Weg. Okay, aber... Ich komme da raus. Lauf, lauf, lauf. Kommt uns auch dran an. Denken wir. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber direkt neben den Speicherpunkt finden wir das Blut von Fire. Und damit sehe ich euch gleich wieder. Und fast, fast vergessen dabei. Deswegen starten wir hier und nicht in Fire selbst. Sonst, ähm... Sonst zu kämpfen. Irgendwann wird das Ding schon sterben. Hoffe ich. Wenn wir hier lang gehen mit... Naja, prinzipiell unsere gesamte Party dabei. Aber darum geht es nicht. Haben wir da wieder einen dieser wunderschönen kaputten Steine. Wenn meine Party endlich sich entschieden hat, zu mir zu kommen. Dann kann er den mal wieder öffnen. Öffnen. Und hier hinter verbirgt sich die Erinnerung eines Zeltners. So, jetzt können wir allerdings tatsächlich wieder hier hineingehen. Und die Quest abgeben. Ich glaube, damit habe ich dann schon das ganze Video wieder gefüllt. Das ist unglaublich. Aber, ich verspreche euch. Diese eine Side-Quest jetzt, die lohnt sich. Das tut sie wirklich. Es ist kein Witz. Es ist diese eine Side-Quest, die sich dann doch mal lohnt. Und deswegen wollte ich es jetzt auch ungern nicht gemacht haben. Wobei, ich denke, ihr habt die Chance dazu immer noch, wenn wir es lockieren. Aber es ist viel praktischer jetzt. Wir übergeben das Blut von Fajal. Das ist das echte Ding. Und wir erhalten für unsere Mühen den Ring des Lebens. Dieser Ring ist ziemlich praktisch. Denn... Nehmen wir zum Beispiel den Ring weg und gucken uns den Ring des Lebens an. Ein magischer Ring, der die Wunden seines Trägers heilt. Wir haben eine 3%-HP-Regulation ab sofort. Das ist cool. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns aufmachen zum... Wie ist er jetzt? Wesplume. Wesplümedur. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.